Ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit durch die Schweiz. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, ich bin bei meinem Freund in der Schweiz, in Zürich und ja, wir haben ein paar Dinge geplant am Wochenende und da wollte ich euch mit der Kamera mitnehmen und zeigen, ja, was man hier so erleben kann. Also erleben kann. Wir haben geplant auf den Weihnachtsmarkt hier zu gehen. Das ist das erste Mal hier für mich auf dem Schweizer Weihnachtsmarkt, denn letztes Jahr ist ja alles ausgefallen. Und ja, wir haben so zwei, drei uns rausgesucht oder ich mir rausgesucht, die ich gerne besuchen möchte. Es gibt ein paar größere, ein paar kleinere und ja, ich freue mich auf ein schönes Wochenende. Genau, das ist heute geplant. Da wollen wir natürlich auch was essen und Glühwein trinken. Vielleicht wollen wir morgen in die Berge mal schauen. Auf jeden Fall gehe ich aber auch am Montag noch in Kanto schauen. Und das will ich euch dann hier in dem Vlog auch noch erzählen, wie mir der Film gefallen hat. Aber ich würde sagen, wir ziehen uns warm an und es geht los in die Stadt. Wir sind jetzt hier am Züricher Hauptbahnhof angekommen und hier ist der erste Weihnachtsmarkt, den wir besuchen. Und zwar der Chris Kindly Markt und der ist natürlich überdacht in der Halle und hier steht tatsächlich eine riesengroße Tanne mit 7000 Swarovski-Steinen. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Musik 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 Ja hier seht ihr mal die Glühwein oder heißen Getränkepreise und Glühwein Weiß oder Rot kostet 6 Franken mit Schuss dann nochmal 2,50 dazu Jagathee 6 Franken Ja ich denke mal für Schweizer Verhältnisse ist das in Ordnung. Eigentlich sind wir auf der Suche nach Käsefondue aber wir haben jetzt so ein Hunger und eine Grundlage für unseren Glühwein deswegen hole ich mir jetzt mal Giosa mit Hähnchenfleisch für 10 Franken Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Grillhüsli, wo hast du jetzt Raclette gesehen? Ah, da. Und das Raclette Hüsli. Ja, bei uns gibt es jetzt Raclette mit Kartoffeln. Hat 9.50 Franken gekostet. Und wie schmeckt es? Gut? Sehr gut. Approved. Und hier ist die Fondue Tram. Kann man sich durch die Gegend chauffieren lassen und Fondue essen. Das sieht aber richtig geil aus. Wir sind jetzt hier beim Opernhaus. Das seht ihr links. Und ja, wir laufen schon gefühlt fünf Minuten an dieser Schlange vorbei. Also man muss hier mindestens eine Stunde, wenn nicht länger, anstehen, um überhaupt reinzukommen in den Weihnachtsmarkt. Und das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr machen, obwohl es ja schön aussieht. Aber es ist super viel los. Klar ist es Samstagabend. Das ist Black Week. Aber ja, hier ist das Züricher Weihnachtsdorf. Da geht es immer noch drin. Ist die Schlange auch noch mal ein bisschen? Ja, also so gerne ich dir den Gefallen tun würde. Ich würde sehr gerne rein, ja. Ja, der nächste Tag und wir probieren es heute mal auf den, auf das Weihnachtsdörfli am Bellevue. Die Schlange ist auf jeden Fall weniger, also so um die Hälfte würde ich jetzt sagen. Aber es ist immer noch eine Schlange um circa 14 Uhr. Also dieser Markt scheint sehr beliebt zu sein. Nein, nein. Nein, wir mussten nicht so viel bezahlen. So, es ist jetzt schnell gegangen, als wir uns erhofft haben. Es ging relativ reibungslos. Wir sind drin. Und ja, leider ist es ja noch sehr hell. Deswegen kann man jetzt nicht sehen, wie es schön geleuchtet ist. Aber es gibt es hier Strudelmanufaktur. Also es ist sehr interessant. Das fand ich gestern auch so cool. Die kenne ich irgendwoher, diese Cones. Dass es auf diesem ersten Weihnachtstag am Hauptbahnhof so viele internationale Gerichte gab. Also ich habe schon mal gefunden, was ich auf jeden Fall möchte. Ich liebe Flammlachs. Und da seht ihr mal die Preise. Sieht super aus. Also wer das Geld ganz locker sitzen hat, ich weiß, ob man es lesen kann. Es gibt hier ein Luxushotdog für 250 Franken. Ich weiß nicht, aus was für einem Fleisch der gemacht ist oder ob da Gold drauf ist. Aber wer zu viel Geld hat, kann sich hier mal ein Luxushotdog gönnen. Hier gibt es so ein kleines Elfendorf mit kleinen Hütten. Man kann die Kinder auch malen und basteln. Man kann sich auch hier einfach hinsetzen. Ganz süß gemacht. Schau. Benutzung auf eigene Gefahr. Spiele in den Bastel. Ah, Hornübersetzer. Mein Freund liebt ja Fondue. Deswegen holt er sich jetzt Fondue im Baguette für 11,80. Ich werde auch natürlich mal abbeißen, aber ich bin jetzt nicht der größte Käse-Fan. so ich habe mich für das brötchen entschieden kostet 12 franken ich habe auch mal beim fondue brötchen abgewissen aber ich muss sagen ich bin davon kein fan weil im fondue immer weißwein drin ist und ich mag diesen geschmack von weißwein einfach nicht aber jetzt gönne ich mir meinen flammlachs weiter geht es mit der food tour wir hatten ja gestern schon empanadas argentinische empanadas am hauptbahnhof und hier gibt es auch welche und die haben uns so gut geschmeckt dass wir jetzt noch mal uns drei stück holen das letzte was ich heute essen werde sind diese chimney cake funnels gibt es einmal mit innen anstrich nutella oder vanille oder ohne hallo ich hätte einen mit anstrich vanille und außen zimt und zucker simone so sieht das jetzt aus sehr gespannt also dieses waffel ding mit vanille so es war wirklich sehr sehr lecker außen knusprig innen relativ weich und ja das waren also zwei tage hier auf den also nicht allen zürischer weihnachtsmerken aber ein ausschnitt von drei bekommen ja bei diesem bellevue weihnachtsmarkt müsst ihr euch ein bisschen warte lang warte lange wartezeiten einstellen ansonsten ja ein besuch wert fängt gerade der zug vorbei also wirklich sehr viele internationale gerichte was richtig cool finde man kann exotische sachen probieren passt aber gar nicht alles in den magen so morgen gucke ich jetzt noch ein kanto hier im kino und gebe euch dann noch mal ein review wie ich den film in kanto fand ja ich habe jetzt gestern den film in kanto geguckt und ich würde nicht sagen ich bin enttäuscht aber ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet die trailer sahen echt gut aus und auch was man schon so gehört hat ja sollte der film eigentlich also wirklich sehr sehr gut sein ich fand ihn tatsächlich nur okay also es war schön ihn anzugucken aber ich fand tatsächlich die story ein bisschen flach ich möchte jetzt auch hier nicht nicht spoilern oder so was ich natürlich schön fand war die farben die kulisse die charaktere fand ich hat sich auch sehr sehr interessant die einzelnen familienmitglieder ja die musik ich habe sie auf englisch geguckt weil brina und daniel gesagt haben auf deutsch sind die songs super super schlecht deswegen habe ich direkt auf englisch geguckt und ich fand die songs echt in ordnung ich habe mir aber davor auch den soundtrack schon mal auf deutsch auf spotify angehört und fanden jetzt auch nicht so schlimm also ne da sind die meinungen wohl gespalten aber ich fand ich habe tatsächlich mehr von der story erwartet wie gesagt ich möchte nicht spoilern ihr könnt auch gern unten mal in die kommentare schreiben ob ihr den film gesehen habt wie er euch gefallen hat vielleicht seid ihr total aus dem häuschen und könnt mich ja von einem von etwas besserem belehren ja ich weiß hinter dieser ganzen geschichte ist natürlich eine message in jedem disney film ist irgendeine message was disney uns zeigen will da geht es halt um familienzusammenhalt dass man kein ausschließt etc pp aber trotzdem fand ich die geschichte ein bisschen flach so dass also mehr möchte ich jetzt auch dazu nicht sagen würde ich halt was spoilern das möchte ich nicht aber wir können uns gerne auch privat auf instagram austauschen wie den film fandet also können wir gerne auch privat schreiben wenn ihr nicht unten in die kommentare schreiben wollt wer sich nicht spoilern lassen will ignoriert einfach die kommentare würde ich einfach sagen ja also so viel zu ecanto wie gesagt man kann sich ihnen schon gut anschauen ich glaube hier für die schweiz also ich kann euch mal kurz sagen was das ticket gekostet hat kino in der schweiz ist wirklich finde ich sehr teuer also es hat 19 franken gekostet allein nur die eintrittskarte und das sind ungefähr 18 euro plus dann noch was zu essen was zu trinken ist schon nicht günstig und also im nachhinein hätte ich das geld jetzt dafür nicht ausgegeben aber man weiß es ja vorher nicht ja also nur dass immer so eine price range hiervon wie was hier so ein kinobesuch in der schweiz kostet habt ja ansonsten ist ja heute morgen der erste dezember also vergesst nicht mein erstes türchen ist dann schon online wenn ihr das video seht ist mein erstes türchen schon online ich verlinke es euch gerne bei dem i ich freue mich wenn ihr in meinen adventskalender jeden tag einschaltet um 12 uhr ich bin sehr gespannt auf eure resonanz ob es euch gefällt wenn es euch gefällt dann mache ich mir anfang nächsten jahres schon gedanken für nächstes jahr weil das war wirklich sehr sehr stressig jetzt das hatte ich an einem wochenende im disneyland gefilmt und das war einfach unglaublich stressig es hat auch nicht immer alles was ich geplant hatte ging ich immer auf dann musste ich mir was neues überlegen damit ich auch wirklich 24 türchen hinbekomme aber es sind 24 türchen auf jeden fall aber wenn da die resonanz gut ist dann würde ich das auf jeden fall nächstes jahr mit was anderem natürlich noch mal wiederholen was genau muss ich mir dann auch noch mal überlegen aber da lässt sich bestimmt was finden vielleicht auch mit einem nexer mit gewinnspielen mal sehen ja und das war es von monis magical blog hier aus der schweiz ich feiere morgen wieder zurück nach hause da waren schon ganz ganz viele pakete auf mich es war ja black week also deswegen die zeichern wahrscheinlich bei instagram wir sind am sonntag machen wir ein weihnachtliches fotoshooting mit der lieben nina da werde ich auch die kamera wieder ein bisschen mitnehmen bei eindrücke euch zeigen und ja ich hoffe ihr schaltet dann noch wieder ein am sonntag geht auch mein hall online mein was haben wir jetzt november oktober wir haben dezember mein november hall geht online am sonntag den muss ich auch noch ab filmen in den nächsten tagen also ja es kommt wieder ein bisschen was an action sozusagen und ich hoffe dass auch in den nächsten wochen alles so klappt wie geplant wir hatten ja am 11 dezember europapark geplant für einen tag es ist zurzeit ein bisschen schwierig was da jetzt entschieden wird ob die jetzt schließen oder nicht mit 2g plus wäre ich auch noch würde ich auch noch hinnehmen ja so am montag genau werde ich auch noch geboostert bekomme ich meine booster einfach am 6 12 und ja und dann am 18 12 ist eigentlich disneyland geplant für einen tag sehr anstrengend wird das wieder aber wenn alles klappt ist da die inside ears weihnachtsfeier da freue ich mich auch sehr drauf und dann geht es wenn wieder alles klappt am 21 und 22 noch mal ins disneyland mit der nina denn illumination startet ja am 21 dezember werden uns auch schon bip plätze für unsere jahreskarte reserviert also drückt uns die daumen dass alles so klappt und natürlich dann an weihnachten in die erdinger terme aber das da habe ich echt wenig hoffnung dass das klappt ist ja in bayern und so es wird spannen in den nächsten wochen ob alles so klappt wie geplant oder man improvisieren muss und dann kommen halt ein paar mehr monis magical vlogs um euch ein bisschen entertain zu halten aber jetzt habe ich genug gelabert sechs minuten ja ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen lasst einen daumen nach oben da abonniert den kanal und wir sehen uns jetzt täglich ein Untertitelung des ZDF, 2020